Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Dass du aufrecht gehen, stehen und sitzen kannst und nicht einfach ohne Grund umfällst oder vom Stuhl rutschst, ist für dich wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit, oder? Wenn du Treppen steigen möchtest, dann tust du das einfach, nicht wahr? Du bemerkst nämlich nichts von der ständigen Kommunikation zwischen deinem Nervensystem und deinen Muskeln, die deine Körperhaltung und jede Bewegung erst möglich macht. In deinem Körper erfolgt eine ständige Bewegungskontrolle. Wie das genau funktioniert, möchte ich dir in diesem Video erklären. Es gibt zwei Arten der Bewegung. Die unwillkürliche und die willkürliche Unwillkürliche Bewegungen geschehen unbewusst, zum Beispiel bei der Atmung. Willkürliche Bewegungen erfolgen, wenn du... Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.